Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Richtig viel war nicht los, aber es gab jede Menge kleiner Einzelmeldungen. Erstmal eine Ankündigung. Microsoft wird das Surface Duo, also Microsofts eigenes Club-Handy, nächstes Jahr 2021 auch offiziell zu uns nach Deutschland bringen. Yeah, würde man da meinen. Aber die Amis können das Gerät ja, glaube ich, seit September schon kaufen für 1400 US-Dollar und sind, naja, wenig angetan davon. So eine Kategorie, ja, erster Versuch, gar nicht mal schlecht, schönes Konzept, aber so richtig ausgereift und funktionieren. Aber man kann sich darauf freuen. Dann kommt gerade noch eine Meldung rein. Es wurde herausgefunden, Microsoft arbeitet an eigenen Prozessoren, an eigenen Chips auf ARM-Basis. Die haben gesehen, was Apple da macht. Nein, nicht wirklich. Das ist auch so eine Ankündigung, da heißt es, das macht Microsoft für die eigenen Server, aber auch fürs Endkonsumentengeschäft. Aber gerade das, da arbeiten sie ja schon seit Längerem mit Qualcomm zusammen, haben ja angeblich da schon eigene Chips gemacht. Ja, und ich meine, das ist nur so eine Ankündigung, so ein Pressebericht. Natürlich kann man, wir gucken da rein, wir arbeiten da dran. Das kann vieles bis gar nichts und alles bedeuten. Die Vorteile von solchen ARM-Chips liegen natürlich auf der Hand. Ich hoffe mal, dass in diesem Markt jetzt sehr viel Bewegung reinkommt, was damit möglich sein wird. Sehr schön und Intel kommt sehr wahrscheinlich so langsam ins Schwitzen. Und von angekündigten alten Geräten gibt es jetzt schon geleakte neue Geräte. Samsungs Galaxy S21er Reihe hatten wir ja auch schon. Früher als später wird es starten. Jetzt offiziell, 14. Januar wird das große Event sein. Und vorher ist schon wieder alles geleakt. Ob es Absicht oder ich frage mich ja teilweise, was Samsungs Geheimhaltungssparte beruflich macht. Wieder alle möglichen Geräte, alle möglichen Farben, sogar Kopfhörer schon raus. Dann die Meldung, die S21 Reihe wird bis zu sechs Kameras haben. Ja, aber fünf auf der Rückseite, eins vorne. Dauert ja jetzt auch nur noch Pi mal Daumen drei Wochen, dann wissen wir es definitiv. Nach den Ausfällen bei Amazon und dem halben Internet in den letzten Wochen mal, weil ja viele Dienste auf Amazon-Servern laufen, hat es diese Woche Google getroffen. Da war unter anderem Maps, YouTube, Gmail und einige andere Dienste nicht erreichbar. Pi mal Daumen eine Stunde stand man da und konnte es nicht nutzen. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch Microsoft mit seinen Servern. Dann haben wir dieses Jahr die Reihe noch komplett. Aber es ist ja so, kann man sich ja, natürlich kann man sich drüber aufregen. Aber die steht ja auch im Kleingedruckten immer. Uptime, Runtime, 99, was auch immer. Dass da mal eine Stunde im Jahr ist eigentlich wenig. Und dass gerade mal Google so knallhart eine ganze Stunde errichtet, ist ja auch echt selten. Aber ich meine, kommt halt vor. Natürlich kann man sich wieder drüber aufregen. Aber dann nutzt man solche Cloud-Dienste bzw. Cloud-Dienste. Ich sage es immer wieder, sind nichts anderes als die Computer anderer Leute. Muss man sich auch im Klaren sein. Und dann hatten wir jede Menge Weltraummeldungen. Die chinesische Mondmission ist erfolgreich zu Ende gegangen. Die Kapsel mit dem Mondgestein ist gelandet, wird jetzt verteilt und analysiert. Hut ab, schöne Nummer. Dann SpaceX geht ja auch gut ab. Das läuft ja wie am Fließband. Muss es auch. Die Bundesnetzagentur hat nämlich jetzt Frequenzen für die freigegeben, für die Starlink-Satelliten. SpaceX plant ja, satellitenbasiertes Internet weltweit anzubieten. Dafür brauchen die die ganzen Satelliten. Da gibt es auch schon lustige Zeichnungen, wie man für die Empfangsgeräte, wobei man ja auch zum Satelliten senden wird. Das sind so, ich glaube, 45 Zentimeter Satellitenschlüssel im Durchmesser. Natürlich motorgetrieben, damit man hinter den Satelliten hinterherkommt. Dahinter hängt dann der Router und, 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 und. Dauert aber noch was, bis das startet, bis man damit rumspielen kann. Und, aber natürlich ein sehr interessantes Produkt, auch wenn viele Astronomen da schreien, ne, der Nachthimmel wird versaut. Und wer mal die Gelegenheit hatte, so eine Starlink-Satellitenkette am Himmel vorbeirauschen zu sehen, die sind schon hell. So, und, ach ja, und dann natürlich der PR-Stunt mit des Jahres. Die USA hatten ja endlich mal wieder eine neue Waffengattung, ne, nach Army, Navy, Marine, der Küstenwache gibt es jetzt ja, hatten wir dieses Jahr ja auch, die Space Force. Und wie war das? Die Mitarbeiter der Space Force nennen, dürfen das, oder werden ganz offiziell genannt, Guardians. Das kann man sich nicht ausdenken. Also ja, natürlich, marketingmäßig, genial. Ja, also, Guardians, echt krass, kann man sich nicht ausdenken. Kommen wir noch zu den Spiele-Nachrichten und direkt eigentlich auch die Unterhaltung der Woche mit rein. Natürlich, Cyberpunk 2077 ist in aller Munde. Da hatten wir ja schon die ganzen Vergleiche und man sieht jetzt immer mehr, gerade auf der PS4, die Xbox kommt ein bisschen besser weg, die ältere Generation. Da war, da reichte die Liebe nicht so richtig. Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben, da sind Fehler und, 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 und. Und CD Projekt Red hat jetzt selber veröffentlicht und gesagt, ne, das ist noch, das hätten wir eigentlich nicht. Und, naja, sagen, wir geben euch das Geld zurück. Und wenn wir es am Ende aus eigener Tasche zahlen müssen, Sony hat das Spiel jetzt aus dem eigenen Store rausgeworfen. Auch da überlegt man jetzt, oder kann man jetzt beantragen, da die Kohle zurückzubekommen. Und ist natürlich schade, als ob sie es nicht hätten kommen sehen. Und dann, äh, der Mandalorianer, die Staffel 2, hatte jetzt das große Staffelfinale. Und was für ein Finale, ich verrate nichts, aber genial. Natürlich grausam, schlechtes CGI, aber der Cliff. Und wenn man dann nach dem Abspann dann noch was sitzen geblieben oder vom Fernseher gesessen ist, äh, dann war natürlich die große Ankündigung, die Boba Fett Serie kommt 2021. Offiziell als Serie. Das ist nicht in diesen ganzen Disney-Ankündigungen, die wir letzte Woche hatten. Nein, das kommt jetzt noch mal extra. Und erstaunlich, was da nicht alles läuft. Und ich meine, so wie der Mandalorianer ankommt, bei alten und auch bei neuen Fans. Natürlich, und ich freue mich über Jahre hinweg, die Trekkies. Die bekamen Serie und Folge und Film ohne Ende hinterher. Und die Star Wars-Filmen jahrzehntelang nix. Und dann kam Jar Jar Binks. Ah, deswegen, das ist jetzt Gold. Aber meine Empfehlung, natürlich immer wieder The Expanse. Die fünfte Staffel ist jetzt auf Amazon Prime Video gestartet. Die ersten drei Episoden kann man sich da angucken. Die ganze Staffel wird zehn Episoden haben. Und es gibt jetzt wöchentlich eine neue Episode. Dann bis zum, ich glaube, Anfang Februar, dann kommt das große Finale. Und dann nichts. Und es geht jetzt weiter. Und ich bin mal wieder sehr gespannt, wie es läuft, wo sie da mit den Büchern sind und, 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 und. Aber für mich The Expanse mit die beste Sci-Fi-Serie, die es überhaupt gibt. Und deswegen trage ich auch das alte QWERTY mit dem besten Tentakel, das es bisher gibt. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Das soll es gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 475 ist es. Euch allen schöne Weihnachten, frohe Weihnachten, frohes Fest, angenehme Tage. Kommt runter, relaxt, genießt die Zeit und, und, und. Schönen Start trotzdem in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ...weise direkte Unterhaltung der Woche. Natürlich, äh, Cyberlink. Nein, nicht Cyberlink, jetzt bin ich von Spacelink.